In den frischen Aufnahmen vom Vomperberg sehen wir das Kralshaus und aus diesem den Herrn herauskommen. Aus dieser Zeit auch noch ein Überblick über die Siedlung zur Winterszeit. Und nun das Waldhaus. Und nun das Waldhaus. Wir sind zurückgekehrt in die Siedlung, wo nach dem Herrn und Fräulein Irmingard auch Frau Maria zum Auto geht. Und nun das Waldhaus. Und nun das Waldhaus.